Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder sonntags mit dabei seid bei unserer Hörbuchrunde und auch heute werden wir wieder für euch ein kostenfreies Kapitel zur Verfügung stellen. Die weiterführenden Links zu dem Buch findet ihr unten in der Beschreibung und jetzt viel Spaß beim Hören. Tricks der psychologischen Kriegsführung gegen das eigene Volk Wer die Begriffe vorgibt, steuert das Denken. Wichtiges wird politisch tabuisiert und die Unwahrheit zum Dogma erhoben. Jörg Haider, österreichischer Politiker 1950 bis 2008 In den letzten Jahren hat das Internet massiv dazu beigetragen, dass Informationen, beispielsweise über die Bilderberger, die uns bislang verborgen blieben, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Im Gegenzug haben die Mainstream-Medien mit ihren Verbündeten aus Politik und Wirtschaft ihre verwendeten Manipulationsmethoden immer weiter verfeinert. Da ihnen diese Entwicklung gegen den Strich geht, wurden unter dem Deckmantel für Demokratie und Freiheit in den letzten Jahren unzählige Begrifflichkeiten neu erschaffen, um die Menschen über die wahren Absichten zu täuschen. Die bittere Wahrheit sieht aber für uns wie folgt aus. Der Inhalt ist gleich geblieben, nur die Aufschriften haben sich geändert. Das ist mit einem Ammoniakfass vergleichbar, auf dem nun nicht mehr Ammoniak steht, sondern mit Großbuchstaben Honig. Der Hintergrund ist, dass man unliebsame Dinge einfacher durchsetzen kann, wenn die Formulierung und das Schwingungsmuster der verwendeten Wörter positiv klingen. So werden beispielsweise kriegerische Konflikte wie in Syrien, Irak, Libyen und viele mehr nicht mehr als Angriffskriege bezeichnet, sondern man spricht von humanitären Interventionen, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um einen Hilfseinsatz für die Menschen vor Ort handelt. Die Soldaten, die in diese Einsätze geschickt werden, nennt man jetzt Friedenstruppen. Wie das Wort auf subtile Weise suggerieren soll, sind sie natürlich nur für den Frieden im Einsatz. Ihre Friedensmission bekam nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, denen ca. 3000 Menschen in New York und Washington zum Opfer fielen, eine völlig neue Bedeutung. Jetzt wurden sie dafür eingesetzt, den Völkern im Irak, Libyen, Syrien und Afghanistan Demokratie und Freiheit zu bringen. Nur den wenigsten ist bewusst, dass infolge der Maßnahmen für Demokratie und Freiheit in den letzten 15 Jahren über eine Million Muslime ums Leben kamen. Geschickt wurden in diesem Zusammenhang durch die Mainstream-Medien kleine Zahlen groß und große Zahlen klein gemacht. So werden wie ein Mantra jedes Jahr am 11. September die Ereignisse von 2001 medial in Szene gesetzt. Dort werden die Opfer namentlich verlesen, um so den Eindruck zu vermitteln, dass es sich um eine viel größere Anzahl an Toten gehandelt hat. Über die Millionen Opfer, die durch die von den USA inszenierten Antiterrorkriege zu verzeichnen sind, wird so gut wie gar nichts berichtet. Geschickt wurden in diesem Zusammenhang durch die Public Relations Abteilungen der jeweiligen Regierungen neue Wörter kreiert. Dazu gehört unter anderem das Wort Kollateralschaden, wodurch das Wort Menschenopfer ersetzt wurde. Kollateralschaden klingt abstrakter, obwohl es sich dabei meist um zivile Opfer, Frauen und Kinder handelt. So sieht der Fernsehzuschauer es emotionsloser und eher als notwendiges Übel an. Außerdem wird nicht mehr von Freiheitskämpfern gesprochen, die ihr Land gegen Eindringlinge verteidigen, sondern man nennt sie jetzt Aufständische. Diese Aufständischen gelten als Feinde der Demokratisierung und können so mit gutem Gewissen bekämpft werden. Diesen Mechanismus sieht man sehr schön im Irak, in Afghanistan und in der Ukraine. Mehr noch, die Verdrehung der Begriffe wurde durch die Bush-Administration in Perfektion betrieben, indem man durch den Homeland Security Act ein Ministerium für Heimatschutz gegründet hat, das aber massiv die Freiheiten und Rechte der amerikanischen Bevölkerung einschränkt. Zudem wurden die Gesetze dorthin gehend geändert, dass jetzt sogar Menschen vorsorglich getötet werden dürfen. Das Zauberwort heißt Präventivschlag. So gehen die Begrifflichkeiten ineinander über, indem durch die immer häufiger durchgeführten Präventivschläge immer mehr Kollateralschäden entstehen, bei denen die Friedenstruppen für Demokratie und Freiheit kämpfen. Nebenbei bemerkt, waren die USA zum Erreichen ihrer geopolitischen Ziele in über 200 Konflikte verwickelt, bei denen ca. 30 Millionen Menschen getötet wurden. Damit sind sogar mehr Tote zu verzeichnen als infolge der deutschen Kriegshandlungen im Zweiten Weltkrieg. Diese Tatsache wird weder über die Medien kommuniziert noch an deutschen Schulen gelehrt, da sie nicht in das politisch korrekte Bild passt. Obwohl die USA sich ständig im Krieg befinden, wurde das Kriegsministerium, Department of War, in ein Verteidigungsministerium, US Department of Defense, mit einem entsprechenden Verteidigungsetat umbenannt. Der Witz dabei ist nur, zur Verteidigungsstrategie der USA gehören rund 800 Militärstützpunkte, die sich im Ausland befinden. Damit gehören 95% aller Auslandsbasen den USA. Sehr schnell haben die USA erkannt, dass man mit dem Wort Verteidigung leichter moralische Unterstützung bekommt als mit dem Wort Krieg. Die Manipulation der Begrifflichkeiten bezieht sich aber nicht nur auf die USA, sondern zieht sich inzwischen quer über den gesamten Globus und hat auch nicht vor Deutschland Halt gemacht. Bei uns in Deutschland wurde beispielsweise aus der höchst unbeliebten Gebühreneinzugszentrale, GEZ, der ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice. Service klingt zwar nach mehr Leistung, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wir werden dies später im Buch nochmals aufgreifen. Selbst vor Deutschlands liebstem Kind, dem Fußball, war man davor nicht gefeit. Jahrzehntelang war man stolz auf die Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Da eine multikulturelle Gesellschaft das erstrebenswerte Ziel der Meinungsmacher ist, war ihnen das Wort national schon lange ein Dorn im Auge. So auch die bereits beschriebene offizielle Verlautbarung des Vizepräsidenten der EU-Kommission, Franz Timmermans, die zeigt, wohin die Reise gehen soll. Die Zukunft der Menschheit beruht nicht länger auf einzelnen Nationen und Kulturen, sondern auf einer vermischten Superkultur. Demzufolge wurde 2016 in Vorbereitung der Fußball-EM einheitlich in den Leitmedien in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft von »Die Mannschaft« gesprochen, um ja keinen Stolz auf die Nation aufkommen zu lassen. Die Medienberichterstattung, allen voran ARD und ZDF, zeigten passend dazu Interviews von begeisterten Fußballfans, die größtenteils Migrationshintergrund hatten. Damit sollte das Projekt einer multikulturellen Gesellschaft noch weiter in den Köpfen der Menschen verankert werden. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo es vorrangig darum geht, Menschen, die unliebsame Meinungen vertreten, an den Pranger zu stellen. Der Begriff, der hier in den letzten Jahren von den Initiatoren der Political Correctness aus der Taufe gehoben wurde, sind die Reichsbürger. Besonders große Aufmerksamkeit bekam dieser Begriff, als der Popsänger Xavier Naidoo am 3. Oktober 2014 in Berlin auf einer Demo der Reichsbürger sprach, wofür er medial gesteinigt wurde. Bei dieser Veranstaltung ging es unter anderem darum, dass Deutschland keine Verfassung hat bzw. kein souveräner Staat sei. Mit anderen Worten wurde für alle diejenigen, die diese Thesen vertreten, von Seiten des Staates und der Medien ein Begriff gefunden, um sie zu etikettieren und auszugrenzen. Die Hysterie zu diesem Thema ist mittlerweile auch bei Otto Normalbürger angekommen. Im November 2016 flog ich geschäftlich nach Köln. Im Flugzeug saß neben mir ein Mann, mit dem ich mich nett unterhielt. Er fragte mich, was mich denn nach Köln verschlage. Ich sagte ihm, dass ich als Referent zum Querdenkerkongress eingeladen wurde. Daraufhin guckte er mich ganz entsetzt an und fragte, sind Sie ein Reichsbürger? Ich spürte seit dieser Frage seine Reserviertheit und ein richtiges Gespräch sollte nicht mehr in Gang kommen. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass bei dem Wort Reich die meisten sofort eine Assoziation zum Dritten Reich haben. Anders formuliert, Reichsbürger ist gleich Drittes Reich ist gleich Böse. Was Böse ist, muss mit aller Härte bekämpft werden. So sind mittlerweile die sogenannten Reichsbürger zu Feinden des Staates avanciert. Wegen nur 4000 Euro Grundsteuerschuld wurde beispielsweise am 26.08.2016 der ehemalige Mr. Germany, Adrian Ursache von einem Großaufgebot der Polizei, an denen zwei Hundertschaften sowie ein SEK-Kommando beteiligt war, niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Bei dieser halben Armee hätte man denken können, es wurde das IS-Hauptquartier gestürmt. Aber in Wirklichkeit ging es nur um die nicht gezahlte Grundsteuer eines zweifachen Familienvaters. Glaubt man den Äußerungen der Medien, dann handelte es sich bei ihm auch um einen sogenannten Reichsbürger. Auch die Medien waren wieder sofort zur Stelle, um dem unwissenden Leser mitzuteilen, was Reichsbürger sind. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an und halten sich auch nicht an das deutsche Gesetz. Die Rechtsextremen lehnen die Demokratie ab, leugnen den Holocaust und glauben, dass Adolf Hitlers deutsches Reich fortbesteht. Für den wirklich unwissenden Teil der Bevölkerung ist jetzt alles klar. Es handelt sich bei den Reichsbürgern um eine völlig realitätsfremde, durchgeknallte Personengruppe. Anscheinend gehört Adrian Ursache zu den Menschen, die aus Sicht des Systems nicht einmal mehr ein paar Tausend Euro wert sind, weil sie beispielsweise die Souveränität Deutschlands anzweifeln. Dabei stört es anscheinend niemanden, dass selbst der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble auf dem European Banking Congress am 18.11.2011 erklärt hatte, dass Deutschland zu keinem Zeitpunkt seit 1945 ein souveräner Staat gewesen sei. Hintergrundinformationen hierzu befinden sich im Buch die Souveränitätslüge. Aufgrund der massiven Propaganda bei diesem Thema fällt anscheinend niemandem auf, dass es gar keine Organisation oder Gruppierung in Deutschland gibt, die sich Reichsbürger nennt. Mehr noch, diejenigen, die die deutsche Souveränität anzweifeln und daran glauben, dass Deutschland immer noch ein besetztes Land ist, wie Xavier Naidoo es mehrfach formuliert hat, sehen sich nicht als Reichsbürger. Wo kommt dieser Begriff nun eigentlich her? Bei genauer Betrachtung werden wir auf etwas Erstaunliches stoßen. Die Bezeichnung Reichsbürger ist nicht nur eine Beleidigung, sie erfüllt, objektiv betrachtet, sogar den Tatbestand der Volksverhetzung nach § 130 StGB. In der Tat gab es ein Reichsbürgergesetz aus dem Jahre 1935. Nach diesem Gesetz wurde zwischen Staatsangehörigen und Reichsbürgern, die zugleich Staatsangehörige des Deutschen Reiches und diesem verpflichtet sein mussten, unterschieden. Die Zugehörigkeit zu den Reichsbürgern richtete sich unter anderem nach der Blutlinie der Abstammung. Kurz gesagt waren nach den Thesen des Nationalsozialismus diese Abkömmlinge deutschen oder artverwandten Blutes die Reichsbürger. Das Reichsbürgergesetz wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgehoben, ebenso wie die anderen Gesetze aus der Zeit des Nationalsozialismus und dem Verbot unterstellt. Jeder, der diese Argumentation nach außen führt, läuft aber Gefahr, als Neurechter oder als Rechtspopulist geächtet zu werden. Der Ursprung des Rechts-Links-Schemas liegt in der Sitzordnung der französischen Abgeordnetenkammer von 1814 begründet. Für Deutschland war es die Sitzordnung unter anderem in der Versammlung der Frankfurter Paulskirche von 1848-49. Daher stellt sich unweigerlich die Frage, woher kommt der enorme Bedeutungswandel des Wortes rechts? Ich hoffe, dass ihr neue Sachen auch dazulernen konntet bei diesem Hörbuchkapitel. Teilt es dringend mit Freunden und Bekannten, dass unsere Gemeinschaft immer größer wird. Und schaut euch nochmal die Beschreibung an, weil weiterführende Links findet ihr genau dort. Bis zum nächsten Hörbuchkapitel. Euer Heiko Bekannten Untertitelung des ZDF, 2020